Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege Jetzt hat das auch endlich Und jetzt spinnt mein Spiel ja lol Jetzt gehts wieder Und ähm Ja wir spielen heute mit Frost und Und ähm Ähm Ja Und Und noch Frost da Ich leg mal auf der Treppe mal Stacheldraht Ich leg mal da extra Stacheldraht hin Dass sie eben halt Einmal in der Mitte sein können aber Ey das ist voll schlau Ich tu weh Frost ist raus Warum Frost Ja Verbindungsfehler waren weil deine scheiß Aufnahmen gestartet was Noll Nein Auf einmal wurden deine Aufnahmen gestartet Ja gut Gut ich will einkillen und dann geh ich raus Bomben kippen die Kack aber nicht mit denen auf heute Entsteht 15 Stunden willst du mich verarschen? Man weiß nicht mein Ziel Walter hält dich willst du mich verarschen äh Ja Na nicht wirklich find ich dich verarschen Ja Wum nicht Wum nicht Bist du noch in der Runde drin ne? Ja ich mach's hier noch kurz zu Ende Achso wann waren wir denn noch nicht? Und du bist im Druck Jetzt nicht hoch Jetzt nicht hoch Noch schnell nicht hoch Okay ich komm jetzt Mach mal deine Schwiedersuche Einstellung auf nur Präsident gesagt zurück Wenn das funktionieren Bei mir funktioniert das meistens nicht aus 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 hast du es auch hallo ja ich hab nur präsidentenflugzeug hallo hallo und seppel ist jetzt auch dabei schneller kommt schon schneller ich habe nicht so viel zeit doch habe ich schon aber ok wir haben gegner wollen wir nur noch mitspieler nach und jetzt sucht er noch die karte schnell raus jetzt sucht er noch gegner kommt schon schneller hopp 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 danke und vier minuten läuft die jetzt jetzt die starten die folge richtig nach vier minuten danke rainbow du bist echt scheiße trotzdem spiele ich dich ich bin der wende hallo hallo die gesäpfel ja hast du n season pass ja nein hat er nicht also hast du n season pass oder nicht nein er fragt nur weil er sich die kaufen würde Also bei Rotations Riesenbuzzle Hat er, weil er die ganze Zeit mit den Neuen spielen kann Oh, danke Die Brunnen, Eis und Durst Ich geh nach oben Na ja, wenn ich reinkommen sollte, dann mach das so Kann ich mir die Luke aufmachen? Äh, klar kann ich auch Und warten Okay, ja Danke Bitte Übrigens, Frost, wir haben vorgestern Noch das Rangmatch gewonnen Nice Bist einfach rausgegangen Ähm, von wo kommen die? Weiß das jemand? Ja, ich hab's gerade immer killed Ja, von oben Irgendwo von oben, wo ich glaub In dem kleinen Kackraum da Also oben, wenn die Geise Wenn es eine Geise gibt, oben Ach, Scheiße Ey, ich hab die alle richtig hart angemettet Also das waren fünf Leute Auch ein Stück Noch wieder Idioten Ich hätte einfach ein Ace machen können Hätte ich mal ein genaueres Ziel Es war, weil ich bin von der Seite komm weggekommen Und vor allem, die gehen alle auf einen Punkt Also sie gehen, glaub ich, alle zusammen Loll Ja, easy Ja, klar Alles klar Okay, ich krieg die ganze Zeit Ich hab keine Minio Assist Ja, weil sie ja auch alle angeschossen hast Ja Ah, Scheiße Ich hab keine Minio Assist Und tot Und tot Gut Kann man nicht mehr wieder hoch? Nein Okay, die Waffen starten Die von Ela ist stärker Die von Ela ist stärker Je weniger Rüstungspunkten auf Eureider desto macht das um die Waffe Hm Echt oder Twitch? Hm Kein Na, obwohl, nehmen wir mal Eine Dann nicht mehr gespült Und gleich wieder daaa 10 Sekunden 10 Sekunden zu insertion Insertion in 5 Sekunden Proceed to Biohazard Container Location Drone activated Solving new magazine Reloading Unreicht Die glass Recall Blackbeard der afk Relo medal Re fats horizon Gott Was ist das? Er ist AFK, er ist AFK. Bitte, F5. Wuh! Vielen Dank. 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 Haben wir wenigstens gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Das ist doch gut. Ja, also es ist jetzt Matchball. Die anderen haben 0 Punkte, also es steht 2-0. Das ist doch gut, das ist blöd für die Folge, aber es gibt noch einen Terroristenjagd und dann gibt es am Freitag eine richtige Folge. Ich hab das eben halt so gemacht, jeden Tag eine Folge, jeden Tag eine Folge Rocket Leech und dann gucken, was noch. Okay. 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 Okay.